I walk right at my own speed. Dein Name ist Ria Utilie Clementine Cäsar Alva. Kurz Rocker. Kurz, genau. Rockers Leben ist anders. Darf ich euch meine Enkelsochter Rocker vorstellen? Papa ist bei der ISS. Oh Gott, das ist grausam. Ihr Schwiegersohn ist bei mir ist. Auf was redest du denn da? Hi Papi! Hier ist es mit Oma. Die ist super. Kommen wir jetzt zur Klasse 5b? Morgen! Nicht die Wollknollnummer. Na, erzähl uns was. Ich brauche mein Abi. Sonst kann ich meine Astronautenausbildung nicht fertig machen. Augenzeugen berichten von einem kleinen Mädchen, dem die 180 Passagiere ihr Leben zu verdanken haben. Hast du gar keine Angst? Würde das was bringen? Nein. Siehst du? Rocker zeigt allen. Ich bin Rocker. Wie heißt du? Was wirklich wichtig ist. Kaspar. Hey, hör auf damit! Hör zu, so geht das nicht. Wir brauchen einen Erziehungsberechtigten. Ich bin berechtigt mich zu erziehen. Es gibt Gesetze, an die man sich halten muss. Ich bin sicher, du wirst dich in der Pflegefamilie wohlfühlen. Du kannst genauso wenig dafür wie ich. Du verbringst wirklich nur Unglück. Jeder hat seine eigene Geschichte. Er hat seine eigene Geschichte. Wir haben im ganzen Leben noch nie so ein Mädchen wie Rocker begegnet. Rocker verändert die Welt. Demnächst im Kino. Auf. 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 Auf.